kommen meine lieben freunde auf dem kanal von simulation markt und spiele gellmann ist auch wieder dabei den tag wieder neuen folge bei den leidt wenn es euch gefällt lasst gerne abo da liken kommentieren ich habe eine video beschreiben vorbei über linktree und auch gerne mit dem spiel immer vorbei um nichts mehr zu verpassen und die letzte folge ja ich glaube ich glaube ich nicht den krabbeln können also das wäre dann wahrscheinlich apropos gewesen mitnehmen ja ich habe abgebrochen muss man gucken ja ich kann nichts mehr auswählen bei mir ich habe keine koffer mehr naja ist auch egal außer du verdienst dir 45.000 punkte oder soll ich etwas anderes auswählen ach ne brauchst du nicht lassen ich habe ja eh nichts wirklich wenigstens hier irgendwas opfergabe muss man mal gucken was du da hast ja weiß ich ja nicht was gut ist ja warte mal kurz ich muss mal kurz einen perk suchen im internet kann ich nicht alles durchlesen da weißt du ja weiß eigentlich was gut für schlechtes weißt du was gewährleistet 50 prozent bonus blutpunkte in der kategorie überleben machen wir das gerade ja soll ich das auswählen ja kannst du machen was will diesen blut sind karte bringt die wat naja nimm mal mit und dann drück mal rechtsklick ne rechtsklick ne rechtsklick na wenn du auf der karte dann drückst 20 sekunden nutzungsdauer du beginnst mit drei objekten die automatisch angezeigt werden schalte die fähigkeit frei ziele im umkreis von 28m aufzuspüren schalte die fähigkeit frei die bodenluke im umkreis von 8m aufzuspüren aha sieh mal an blut sind karte brauchst du da stand gar was mit bodenluke ne ich hab aber es gab einen körper zu das weiß ich ja aber da schalten nur fähigkeiten frei dazu nimmst du es trotzdem mit ne ja und was soll ich hier noch aus für den zusätze schwarzer seitenkortel schalte die fähigkeit zum aufspüren der bodenluke frei ach ach ich habe mal seitenkortel brauchst du lobig ja ich habe auch 1 fluss im kater dann soll ich das mitnehmen ja mach erhöht die reichweite kartenaufspürung um 12 20 meter 12 meter die o noch ein stempel abstimmen soll ich das mitnehmen die bodenluke ne ja ne was noch warte mal kurz ich muss kurz was machen für gezielter ausgang ach so geht der nicht warum der hat nicht mal geschrieben ach so soll ich noch mitnehmen nehm ich einfach mit was für ein 12 naja jetzt noch 20 meter können noch 12 meter die reichweite kartenaufspürung erweitern mach das mach das oder die ausgangstore aufspüren können die uhr erweitern oder markierfähigkeit können wir auch auswählen nehmt mit äh ach so hat er mal geschrieben glaube ich meine ach so ja habe ich das sehe ich jetzt was nein ich habe nicht gelesen weil ich müsste ich raus tappen naja wo ist denn der quatsch dann dann ach ich weiß Vielen Dank. Ja, mein Gezehrt auskommt, komm schon auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist gut soweit. Ich habe gerade in deiner WhatsApp-Gruppe gesehen, dass du 24er machst. Ach, bist du jetzt ohne der Gruppe, oder was? Ja, jetzt den Glückwunsch. Ja. Ich kann doch mal in der Telekom-Gruppe beitreten. Wie gesagt, kannst du mir an Telekom auch schreiben, privat. So ist es nicht. Sonst hat Discord, steht auch noch zur Option. So ist es nicht. Aber ich hoffe, es ist gut soweit. So weit. Was, bei dir stinkts? Kannst du gar nicht beurteilen. Warum sagst du das denn einfach? Bei mir stinkt es angeblich. Was ein Bullshit. Warte. So. Ich habe es mal kurz ein Zeug gemacht. Hast du noch mal die Knallbogen da reingeworfen, oder was? Na wer? Du. Nö. Ich habe nur den Ali weggemacht. Ach so. Na beleidigung will ich aber nicht mit Chat 10 von dir. Wie von mir? Ja, da hatte ich doch, ja, ja, da hat doch, oh nein, gegen Schwein spielen wir. Ja, bei mir stinkt es. Ja, deshalb habe ich die Nachfrage gelöst. Ja, weiß ich nicht. Da soll sie. Äh, der hat geschrieben, ich habe Kanalpunkte eingelöst, du musst das Fenster nennen. Ja, habe ich die sehen. Wenn nicht, dann möchte ich meine Punkte wieder haben. Äh, nee, das funktioniert nicht, das ist ja bereits eingelöst. Das tut. Ich komme auf die Warteliste. Warte mal kurz. Nee, ich komme auf die Warteliste. Ja, kommt auf die Warteliste. Ich gucke gerade. Er hat zwar trotzdem eingelöst wurde, aber ist noch nicht eingelöst. Frische Luft tut dir gut. Ja, ist noch offen. Karte lesen kann ich jetzt machen. Du musst das machen. Nee, nicht jetzt. Mach, wenn einer übrig bleibt oder zwei. Wenn die überlebten da sind. 2. Pass auf, du musst auf, das passt. Ich bin auf, das weinen. Ich bin kein. Hallo, ich bin in der Dirk. Was ist da? Hier ist es schon wieder irgendwo. Das ist schon frei. In unserer Nähe. Komm her. Warum? Komm her, ich will zu dir. Komm. Warte, willst du mir? Ja. Die Karte abläuft, das bringt nichts. Warum? Warum bringt das nichts? Sicher nicht. Ja, ich bin ein Verf partial. Komm, komm. Komm er, komm. Komm. Komm, bin ich hier. falling. das war keine blöden das war einfach nur spaß deshalb habe ich eingelöst dass du fenster machen sollst sie haben geschrien er kommt anna muss ich mal opfern was hat er jetzt vor dem koffer käfig er darf dem was aufgesetzen warum ich was bringt das jetzt habe ich aber vor nicht dass er nicht beleidigt hätte ah ja wenn ich vielleicht hätte das einfach nur spaß war deswegen fenster eingelöst hat was bei mir stinken würde ja darüber macht man keine scherze kann aber die boten abgesehen und dann kann ich das beurteilen ich war ja schon bei die karte lesen oder wird noch nicht das brauchst du noch nicht das bringt ja nicht noch nicht muss das wort ist das das ding was ding was ding not just important was also und Komm. Hier oben bin ich. Oh, ja. Komm auf mein Kopf. Ja komm. Na rechts. Ja. Ja komm. Ui, komm auf mein Kopf. Ui. Lass mal zusammen. Läuft irgendwie. Ja, das ist ein Schwein und ein Überlebnis. Ja komm, lass ihm helfen. Oder auch nicht. Äh! Aua, warum jetzt? Ich. Warte noch nicht. Komm her. Jetzt kommen kann. Du bist aber auch tot dann. Ja. Ja. So, hier guck. Was war deine Mission? Ach so, 40.000. Was war die, wof. 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 Wof... ich kann einfach freispringen kommen und nein ich habe in diesem das zweite von oben und rechts geht es weiter kann ich sehen du ronnie umgucken schweine angst aus der wolkenjagd ach komm, fick dich ach komm, mach doch keinen spaß, der punkt geht wahrscheinlich auch an doch das weint ach komm, so kurz gehangen und dann wieder gehangen ja warte, ich soll hier auch luke finden und sie kommt, brauch sie mich auch nicht mehr halten klatsch klatsch so hier guck was sagt uns, wo wir haben 16 minuten ach geht ja noch in der babyrunde was macht ihr jetzt ist eine mission ja ich sehe es ja ich sehe es das ist das nicht mehr ach shit on macht sie und ob sie zum ausgang was hat das jetzt gebracht keine ahnung das ist jetzt wieder wichtig oder jetzt zu machen die ganze zeit machen können die zeit oben läuft nämlich nach flexp supermarket haben wir wieder kommen aus der stream der weit nach oben habe ich noch eine einplanung von sich hinbekommen ach so ich dachte es gleich in der studio zeit noch nie abend ich würde sich mal an ihrer stelle das wird nichts mehr da geht es nicht zum ausgang auf jeden fall ok es macht sie denn es gibt jetzt noch wieder eine gleichkeit was kriegt ihr das jetzt das jetzt zu machen das gleich zusammenbricht die wir aufgangen werden aber macht das tor aufmacht hat er auch keinen sinn so wirklich das war jetzt wohl wichtig ich bin lieber rausgegangen und hätte es zum punkt bekommen was hat jetzt gebracht nix es gab noch ein bonus wie war das lange was wo er bei mir 60.000 bekommen 20 minuten die aufnahme kann man nicht mal im ost schicken was wer nach die überlebenden von uns die oberen die rechte zwei überlebende ja die ist einfach ich habe eine aufgabe steht die erinnerung wieder her haben ein erinnerung splitter sobald der generator fertiggestellt wurde erscheint ein splitter in der nähe das bilder bleibt an der stelle dort 40 sekunden zeit blätter zusammen dann verschwindet er sobald der letzte splitter gesammelt wurde erscheint einen kann die zuschauer lesen sagt eine karte stelle würde ich sagen soll ich durchaus dabei sein ist gefallen gerne abonnieren leiten kommentieren wir können wir beschreiben vorbei über linktri eine für die alles gespielt gehen wir vorbei guten tag aha und dann ja ich danke fürs dabei sind sie wieder beim nächsten mal bis dahin was immer nicht mehr 15 bei bei und ab die tschüss 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 tschüss